Doch zuerst stellen wir Ihnen die Favoriten für den Deutschen Buchpreis vor. Sechs Autoren haben es in die Endrunde geschafft. Hier kommt die Shortlist 2014. Sechs Schriftsteller, sechs Bücher. Sie konkurrieren um den Titel bester Roman des Jahres. Die Wetten laufen, doch worüber schreiben die preisverdächtigen Autoren? Machen Sie sich selbst ein Bild. Die Zeit. Hier im Wasser der Havel scheint sie langsamer zu fließen. 25 Jahre trug dieser Mann einen verwunschenen Ort in sich, die Pfaueninsel. Am Ende ein historischer Roman, ein Märchen. Man trifft hier nicht auf die harten Widersprüche der Gesellschaft, sondern man trifft auf die Traumbilder. Man trifft auf die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen, die sich hier verkörpert haben. Mich hat interessiert, wie meine Heldin, die Kleinwüchsiger Maria Dorothea Stracon, wie die klarkam in so einer künstlichen Welt. Die Pfaueninsel zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein preußisches Arkadien, hochartifiziell. Die Zwergin Marie lebt hier zusammen mit anderen Wesen. Kurios wie sie, exotisch. Eine Wunderkammer des Fremden. Schlossfräulein, dachte Marie und begann zu weinen, war sie nur in dieser Welt der Lüge. Der Wirklichen aber ein Monster. Marie, sie ahnt es. Eine neue Ära kündigt sich an. Eine Ära des Fortschritts. In ihrer Lebenszeit fällt eben die Entdeckung, fällt Darwin, fällt Mendel, fällt ein anderes Bild der Welt, fällt der Beginn des Imperialismus, ein rationaler Umgang mit dem Fremden. Abweichungen werden nicht mehr bestaunt, sondern klassifiziert, abgewertet. Lustvolle Exzentrik weicht der Norm. Was bleibt? Ein Abgesang auf eine vergangene Welt und ihre fragile Schönheit. Angelika Klössendorf, April. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen und stößt ständig an Grenzen. Sie ist einsam und verletzt alle, die es gut mit ihr meinen. Rippchen nennen sie die magere junge Frau. Sie selbst gibt sich den Namen April. April ist ja der Monat, der genauso unberechenbar ist wie April, das Mädchen selbst. Hagel, Sonne, Regen, die Unbeständigkeit schlechthin. Eine vermurkste Kindheit in der DDR liegt hinter ihr. Nun, mit 18, soll sie auf eigenen Beinen stehen. Doch April stürzt immer wieder ab. Alkohol, Drogen, Selbstmordversuch. Irgendwie kommt sie jedes Mal davon. Sie begegnet Leuten, die sich um sie kümmern. Und ich glaube, dass die April die ersten 25 Jahre dort in der DDR sozialisiert worden ist, ist nicht unwichtig. Geborgenheit im real existierenden Sozialismus. In den 80ern wird es April dennoch zu eng. Sie stellt einen Ausreiseantrag, geht in den Westen, wie Angelika Klössendorf. Neue Freiheit, aber kein Happy End. Zu schwer wiegen die Traumata der Kindheit. Ihr Atem fegt alles beiseite. Die Schönheit der vergangenen Tage, die Geborgenheit, die sie empfunden hat, die Freude. Als wäre ihr Körper ein Hochdruckgerät, aus dem ihr Atem mit einer Geschwindigkeit entweicht, die Häuser zum Einstürzen bringen könnte. Und Menschen, Nähe, Liebe. Angelika Klössendorf beschreibt die Geschichte einer schwierigen Emanzipation. Schnörkellos, schonungslos. Gertrud Leuttenegger, panischer Frühling. Es ist der Moment nach dem großen Knall. 2010, auf Island bricht ein Vulkan aus und plötzlich Ausnahmezustand. Ein Riss in der Normalität. Davon erzählt die Schweizer Autorin in ihrem Buch. Sobald so ein Riss entsteht, werden oft Dinge möglich, die man vorher nicht geahnt, nicht befürchtet und nicht erhofft hat. Europa in der Warteschleife. Auszeit. Auch in London, im Leben einer Frau in den mittleren Jahren. Wie in einem Schwebezustand flaniert sie durch die Straßen und durch die Bruchstücke ihrer Erinnerung. Alle Geräusche der erwachten Stadt drängten ungehindert und geradezu triumphierend in die Leere empor. Sie trifft auf einen geheimnisvollen jungen Mann. Schön ist er und zugleich entstellt durch ein Feuermahl. Der Titel panischer Frühling erinnert ja auch an Pan, den Hirtengott in der Antike, der dieses Doppelgesicht hatte. Einerseits verzauberte, verführte er die Menschen, andererseits versetzte er die Tiere in eben panischen Schrecken. Dieses Changieren zwischen Gegensätzen, zwischen Nähe und Ferne durchzieht diesen Roman. Ein Naturereignis gibt ihm seinen Rhythmus und die Stille danach den Zauber. Thomas Melle, 3000 Euro. Gegenwart knallhart auf den Straßen einer Großstadt. Ein Mann, obdachlos, abgerutscht aus der Mittelschicht und eine Frau, Kassiererin im Discounter. Thomas Melle steigt in seinem Roman hinab in das Leben unterhalb der Armutsgrenze. Das Buch ist sowohl wütend als auch zärtlich. Dass ein Grundepetus meines Schreibens aus Wut kommt, ist klar. Wut über eigene Sachen, die ich erlebe, Wut über allgemeine Zustände. Aber ich würde das Buch jetzt nicht als das wütendste bezeichnen, das ich je geschrieben habe. Jede Menge Wut und Zärtlichkeit, das steckt hinter den kühlen, knappen Sätzen von Thomas Melle. Spaghetti, Spaghetti, Tomatenmark, Bier und Katzenfutter. Das ewige Einerlei der Kassentöne und Waren macht sie schon lange nicht mehr schwindelig. Aber die Blicke tun es neuerdings. Diesmal sollte die Gespräche sehr klar sein. Und der rhetorische Amoklauf, den ich manchmal so veranstaltet habe, das war mir dann langweilig. Und vielleicht sind die leiseren Metapher manchmal die effektiveren. Thomas Melle schreibt über die Zumutungen der Armut. Hier, jetzt. Wo 3000 Euro nicht sein können und trotzdem alles. Zwei Gescheiterte. Sie träumt von der Zukunft. Wenigstens das. Er aber hat nur noch Heimweh. Heimweh nach der Vergangenheit. Lützseiler. Kruso. 10% Land, 90% Himmel. So sieht Lützseiler diese Ostseeinsel. Hittensee war schon immer ein Sehnsuchtsland gewesen. Zu DDR-Zeiten eigentlich fast ein Mythos. Jeder wollte unbedingt einmal, wenigstens in seinem Leben, auf diese Insel. Sommer 89. Ed, ein vom Schicksal gebeutelter Student, strandet hier. Heuert in der Gaststätte Klausner als Saisonkellner an. Er trifft auf Seelenverwandte anderer Außenseiter. Sie alle hat die Sehnsucht nach Freiheit auf dieses Eiland am äußersten Rand der DDR getrieben. Der Entschluss, auf der Insel zu leben, genügte, um voneinander das Wichtigste zu wissen und wirkte wie ein unsichtbares Band. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu überschreiten. Im Klausner trifft Ed auf Crusoe, den Guru der Insel. Und während Tausende in diesem Sommer die DDR verlassen, predigt Crusoe seinen Schiffbrüchigen des Lebens etwas anderes. Jenseits aller Grenzen. Die innere Freiheit. Die Wurzel, die jeder in sich trägt, das ist einer seiner Ansätze, dass die Freiheit in jedem wohnt. Und dass es nur sehr schwer ist, dieses Erbe anzutreten. Lutz Seiler entwirft eine Utopie, die zum Scheitern verurteilt ist. Eine tiefgründige Robinsonade, bilderreich und wortgewaltig. Heinrich Steinfest, der Allesforscher. Dieser Autor hat Höhenangst. Und gerade deshalb begibt er sich gern in luftige Höhen, wie sein Romanheld Sixten Braun. Mein Geist rebellierte und ließ den Körper in Stich. Der Geist fragte, was machst du hier überhaupt? Was soll der Unfug? Bist du eine Gämse? Merkwürdige Begebenheiten gibt es viele in diesem magisch merkwürdigen Stück Literatur. Für mich ist die Romanwelt ein Paralleluniversum. Ich bin ja nicht der einzige Autor, der sagt, dass seine Figuren ihn überraschen. Weil ich eben am Anfang einer Geschichte nicht alles über diese Figuren weiß. Und so passiert ständig Unerwartetes. Ein Buch wie eine Wundertüte, die über uns zerplatzt. Ein Panoptikum, ein sehr realer Traum. In Taiwan wird Sixten von einem explodierenden Wal niedergestreckt. Er überlebt einen Absturz. Dann endet der Topmanager in Stuttgart als Bademeister. Und Laufass. Später bekommt er einen Sohn, der nicht der Seine ist. Das ist auch mein Zugang zur Welt. Das die Großen, die Kleinen Sachen, das scheinbar Wichtige, das scheinbar Unwichtige für mich, steht das alles nebeneinander. Ich bin, ich sag gern, ich bin kein Jäger, aber ich bin ein Sammler. Verrückt, abenteuerlich. Der Allesforscher. Ein Spiel mit ganz eigenen Regeln. Echt umwerfend. Historie und Gegenwart, Hochadel und Prekariat. Ungewöhnliche Geschichten über Außenseiter. Dieser Jahrgang umfasst die ganze Bandbreite der deutschsprachigen Literatur. Mal skurril, mal bitter ernst. Am 6. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet die Jury den Gewinner. Wir sind dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017